Mit einem feierlichen Appell auf dem Schlossplatz hat sich am Donnerstagabend die Luftlandebrigade 31 aus Oldenburg verabschiedet. Nach einem Empfang im Schloss für geladene Gäste fand der öffentliche Auflösungsappell statt. Neben Brigadegeneral Gerd Gawalek sprach Oberbürgermeister Gerd Schwartner. Vor 30 Jahren hat die Stadt die Patenschaft für die Truppe übernommen. Dieser runde Geburtstag soll in diesem Jahr wenige Wochen vor der Umstrukturierung und Verlegung von Teilen der Brigade nach Seedorf gefeiert werden. In jetziger Form wird die Luftlandebrigade zum 1. Oktober aufgelöst.